Okay, ich habe das Gefühl, wir kommen so langsam in die Region der High-Level, ne? Ich habe nie geguckt, was maximal Level ist. Aber alle mit Maske. Alter, ihr ist gerade unsere Begleitung? Muss ich mir nicht angucken. Ich denke, wir werden, Alter, ihr... Ja, ne, kommt auf das Skillset drauf an, ersetzen. Mit Mew. Laufbahn. Moment, Stoß-Explosion, ja. All-Moon-Tieb. Ja. Ja, hatte ich auch benutzt. Und Rache-Heap. Fehlen, verteidigen. Ablenken, ja, okay, das ist, ja, ja, ist gut geskillt. Den Tab haben wir noch nie aufgemacht. Vasallen, Vasallen erhalten Abzeichen als Zeichen ihres gesammelten Wissens und ihrer Kompetenzen, ob für ihre Kampffertigkeiten oder Erkundungserfahrungen. Vasallen mit Abzeichen sind nützlicher für den Erweckten. In Wort und Tat. Monsterabzeichen werden Vasallen verliehen, die eine gewisse Anzahl an Monstern von einem bestimmten Typ besiegt haben. Solche Vasallen sind so bewandert im Umgang mit der besagten Kreatur, dass sie die beste Art, sie zu besiegen kennen und dem Erweckten nützlichen Rat anbieten. Weltabzeichen werden an Vasallen vergeben, die ausreichend oft in einer bestimmten Region kampiert haben. Wenn du dich in der besagten Region auf ein Abend heuer begibst, wird der Vasall sein Wissen über die Gegend mit dir teilen, indem er nützlichen Rat anbietet. Hat 30 Ogre besiegt? Hat 30 Ogre besiegt? 30? Ich habe wahrscheinlich nicht mal 10. Kommt mit. Ich glaube, so langsam geht mir die Reisesteine aus. Ja, hier. So, noch einen Krieger. Drack, nehmen wir Drack mit, oder? Ich habe ein Nack für Getöse, Getöse, und bin immer in der Hunde für neue Beine. Ich werde glücklich... Machen wir den Himmelspalter, ist okay. Getöse, Getöse, nein. Nein. Absamer aktuell mit Saga. Der hat mir eigentlich auch schon gefallen. Himmelspalter, ist wohl sehr beliebt. Auslöschender Streich. Na, gegen Massen. Wilder Hieb. Gegen Einzelne. Gezeitenwut. Führt einen folgenreichen Gegenangriff auf. Du bist dabei. Jetzt haben wir zwei mit Maske, ne? Ein Helm, der im Antlitz eines Psychologen nachempfunden wurde. Da hat diese Furcht der Regen ungeheuer... Ne, das kriegst du nicht. Sucher-Medallion. Passiere ich rein. Erst bis... Ah, hier. So. Ja, das ist immer klar, wo der Regen ist. Ja, das ist immer klar, wo der Regen ist. Well, wenn du insiste. Ich bin nur glücklich, dass ich nicht die Regen für eine Veränderung. Du gehst materialen hier, Meister? Wir können wirklich mehr machen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Moment, ein, ein, waaah, ja, helf mal bitte, kommt mal her. Ich, ich würde, hallo. Es, es würde ungemein helfen, wenn ihr dieses Ding hier bedienen würdet. Danke. Ja, das wäre sehr, sehr nett von euch. Oh, man kann ihn erreichen, oder? Äh, wir schießen einfach mal da rein. Oder versuchen mal den Kopf zu treffen. Oh, One-Hit. Oh, der ist einfach nur gestürzt. Ich glaube, wir haben ihn erlegt. Jo, One-Hit. Okay. Das heißt... Oh, ey, ich würde so gehen auf den Graschen schießen, aber ich weiß, es ist eine so schlechte Idee. Ähm... Ja, okay. Wir gehen unten lang, wir gehen Mew hinterher. Mew kennt den Weg zum Drachengeschmiedeten. Ja. Äh... Ja, ich komm. Oh, jetzt sind da Wölfe da unten. Die waren vorhin noch nicht da. Oh, viele Gegner. Moment. Ich würde glücklich sein, dass wir uns nicht bewusst sind. Lass es mir an. Daneben, das war klar. Daneben, das war klar. Okay, was Fliegendes zu treffen in der Nacht. Das wird nix. Halt. Moment. 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 Wir hatten doch da vorhin noch was. Ja, da hat er Käfer. Oh, was sind wir? Oh, was sind wir? Oh, was sind wir? Oh, was sind wir? Ich hoffe, ihr habt uns zu schmerzen. Oh, was sind wir? Was sind wir? Oh, was sind wir? Oh, was istdirig? Oh, was ist das? Und wer ist das? Oh? Wohska? 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 Nein. Da komme ich gerade her und es ist nachts. Wehe, du brüllst den Drachen. Dann lasse ich dich da. Dann werde ich dich eigenhändig dem Drachen zum Fraß vorwerfen. Wenn du zuerst wirst, dann bin ich nur glücklich, dass ich nicht den Weg für eine Veränderung lege. Was zum... Wenn wir das, Zack, würden wir invincible werden. Ich bin der Veränderung. Ich bin der Veränderung. Oh, der Rendi hat schon wieder vor. Ist ja nicht so, dass wir gerade wirklich gerade erst hier waren, ne? Gucken, ob die Gegner respawnen. Scheinbar nicht, okay, das, nehmen wir hin. Oh, den Raum haben wir vorhin ausgelassen. Was der Hell, da ist ein Drache draußen. Oh, das muss ich jetzt machen. Oh, das ist gut. Meine Dank für dich, Herr. Ich versuche, ich werde niemals schocken diese Heilige Geist wiederholen. Ich werde dich für deine Hilfe geben. Ich weiß, dass du es gewonnen hast. Aber ich habe die Zeit, die mich sehr schwer haben. Oh, vielleicht würde du diese Kiefer für deine Probleme haben. Oh, da ist noch ein Drache. Richtig. Richtige Schatzkammer-Schlüssel. Okay, also in dieser Burg hier ist noch mehr. Als es den Anschein hat, ne? Und da ist auch noch ein Grimoire. Totenglocke der Nation. Moment, ne, ich will einen anderen Auftrag. Ich will, ich will, ich will. Des Rudels Beute. Nein, der stirbt. Wo ist der Drachengeschmiedete? Da. Das wollen wir machen. Höhle am Ende der Welt. Okay, da war man noch nicht drin. Wollen wir in die Höhle am Ende der Welt? Moment, ich will in die Höhle am Ende der Welt. Wir haben jetzt zwei Schlüssel gekriegt. Einmal eine Schatzkammer-Schlüssel. Und einmal noch was anderes. Okay, hier geht's doch nicht weiter. Na, okay. Wir kommen irgendwann mal tagsüber wieder zurück. Ich weiß, werde ich vergessen. Ne? Nein. Nein. Oh, oh. Es ist... Untertitelung des ZDF, 2020 So, da ich jetzt so viel sehe, ich sehe nämlich einen Scheiß, probieren wir uns mal wieder runter zu kommen. So, Haupteingang. So, und wir verkrümeln uns Richtung Ausgang. Ja. Ja, einmal Heilung, bitte. Kann man ja nur noch ein bisschen mehr als die Hälfte vom Maximalleben. Das sollte man dann auch voll machen, wenn das geht. Da leuchtet was. Oh, ein Träger. Ein Goldkäfer. Okay, boah. Es ist eher so, dass es nicht durch diese Tür geht. Gut, irgendwie von der anderen Seite, ne? Ja, okay. Okay. Okay, irgendwie ist das hier anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, alles diesem Weg folgen, wenn man abbiegen könnte, nach links. Und wir sind fast auf dem direkten Weg nach Habe, fast. Aber hey, wir haben das alte Schlachtfeld entdeckt unterwegs. Ist doch cool. Und nö. Ja, ich habe ihn schon gehört. Ja, ich habe ihn schon gehört. Ja, ich habe ihn schon gehört. Au Doch nicht immer auf mich Warte